Norddeutscher Rundfunk 2021 Man seid ihr scheiße drauf Vor sechs Wochen hattet ihr noch nen Lauf Doch die Schnulze hörte irgendwann auf Denn der Schulz-Zug hat Verspätung Es tut uns wirklich voll leid, SPD Der Schulz-Effekt Ist vorbei SPD Habt euch zu früh gefreut Das hat schon manche bereut Egal wie oft er das wieder kräut Ich werde Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Kanzler, damit ist erstmal Schluss Auf die Glatze Kriegte eins auf die Nuss Und die Hanne Lohre Kraft, ja die muss ihre Themen wieder finden Es tut mir leid, können wir ihnen gerne nachliefern Was noch an großen Themen dabei ist Aber es war noch einiges Oh, Hanne Lohre Das klang jetzt grad nicht so geil SPD Es geht bergab und zwar steil SPD Ihr seid neben der Spur Wenn ihr das jetzt verpennt Winken euch wieder 20% Goodbye SPD Airbnb Wie über dit